Und willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Ich bin gerade hier bei dem Boss-Tor. Du gerade die letzten Bananen verfüttern, um gleich in den Boss-Kampf zu starten und dem Boss weiß ich nicht, welcher kommt. Keine Ahnung. Jetzt ist meine Erinnerung weg. Ich wusste noch bis zum Klapperklaus. Das wusste ich noch. Und der Fisch. Aber hier war... Keine Ahnung. Das war ja klar. Das war ja sowieso klar. Aber was jetzt für ein Boss kommt, das ist nachher andere Frage. Ich hätte mir einiges geschafft. Einiges haben wir ja gar nicht hingemacht. Ich habe damals immer nur Bananen gesammelt, bin dann weitergegangen. Auch die goldenen Bananen, damit ich halt immer ins nächste Level kam. Aber für Bosse und was das noch mal war. Keine Ahnung. Was kommt jetzt? Und nicht noch mal? Oh, hatten wir doch schon. Oh, den hatten wir doch schon. Sag mal, bin ich jetzt gegen die Banane? Oh, der macht jetzt eine komische Welle. Aber wie gesagt, dass er noch mal dran kam, finde ich ein bisschen mies. Dazu gibt es extra Gegner für. Und dass Chunky ja noch keinen richtigen Gegner an sich hatte. Ich glaube, ich bin gerade Africier ist k teamwork. Nur warst du. Also hier warst du ja noch mal dranmierig. Da sagte mir jetzt... Genau. Das ist k gordi. Nein. Achaju. Überrasch. Video. Ja. Das kommt. Aber mit der Feuerbahn war auch neu, aber ich finde es immer noch schade, kann sein, dass wir ihn nochmal machen müssen, weil ich habe zu wenig Leben anstatt, glaube ich. Hey. Na, jetzt wenn ich lebe. Nein. Geil nochmal rein. Na, und das hat das eine Jahr gekostet da und dann waren wir zu einem am Fass und so oft haben wir uns auch von den Dingern getroffen. Okay. Ach, der nächste kommt. Ich bin schnell wieder weit hier. Ich überfälle ich auch immer ein Leben in dem Atmen, wie ich sage, um Spälle. Okay. 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 So, okay. Okay. So, okay. Ich hab jetzt jetzt 2 Leben gekostet, ich glaub das sieht schlecht für uns aus. Ich hab jetzt 2 Leben gekostet. da ist etwas nerviger sie aber nicht wie gesagt den doppelt reinzubringen so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, warum das hinkommt? Ja. Nehmen wir das da noch hin. Ja, Nummer 5! Noch ein Freund Hans! Was kommt nun? Ah, okay. Und Doggies Orbit freigesprengt. Es scheint wohl das nächste Level zu sein. Und? Und, 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 der Stein. Schießt uns irgendwo nach oben hin. Na gut. Aber ich würde doch wirklich sagen, das sehen wir dann aber erst alles in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, ich mach hier ein... Ne, ich mach hier ein... Ich beende hier für heute die Aufnahmen. Beziehungsweise, das ist dann halt für euch dann ein bisschen später, bis alle Aufnahmen zu Ende sind. Und ich würde sagen, ich hoffe es hat euch gefallen wieder. Schaut wieder vorbei. Guckt bei meinem Kanal vorbei. Abonniert. So schnell dann nicht die Schmetterlinge mal nehmen. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Flash Shooter. Tschüss!